was ich in einer woche getragen habe in meinem video geht es um einen nachhaltigen kleiderschrank und welche outfits ich daraus mache hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco und möchte dir heute zeigen was ich letzte woche getragen habe mit dem hintergedanke dass alles eben aus secondhand kommt und ich habe würde ich schon fast sagen mit der entscheidung die ich vor über einem jahr getroffen habe es ist über ein jahr jetzt herr weiß ich schon gar nicht mehr man merkt sich sowas meistens immer nicht aber mit dieser entscheidung habe ich einfach so viel qualität in meinen kleiderschrank reingeholt eben auch ich traue mich ein bisschen mehr und das mit der qualität ist einfach richtig krass aber als ich früher noch bei h&m und co eingekauft haben haben die kleinen stücke lange nicht so lange gehalten und ich habe auch nicht so eingekauft wie ich jetzt ankaufe eben mit dem hintergedanke hält lange trage ich lange wie kann ich es kombinieren solche sachen habe ich mir keine gedanken gemacht und ich würde einfach sagen wir legen los mit outfit nummer eins beim outfit nummer eins ist es so dass das oberteil vom flohmarkt ist das ist so ein typisches h&m kleidungsstück ich glaube ich habe 1 euro bezahlt oder so die jogginghose trage ich heute zufällig auch dass einer meiner liebsten kleidungsstücke ist aber auch noch normal gekauft muss ich an der stelle sagen also ich suche so hosen immer noch auch so ein bisschen im fashion bereich habe da aber noch nicht so wirklich das gefunden was mir dann wirklich gefällt die schuhe die ich mit diesem outfit kombiniert sind meine ballerinas wenn den ballerinas muss ich aber sagen die sind ein bisschen unbequem und sie sind lieber also da hatte ich es wirklich wie pia kraftfutter die eben auch sagt ich ziehe lieber jedem gekauften kleidungsstück was neuwertig ist erstmal vor weil es ihm lang hat lang anhaltend ist und ich mit leder einfach auch muss ich ganz ehrlich sagen die besten erfahrungen auch gemacht haben also alle kleidungsstücke die ich habe aus leder also sind ja meistens schuhe röcke habe ich nicht und so aber die haben wirklich am längsten gehalten es ist wirklich erschreckend also meine regel ist halt wirklich dass ich leder nicht eine neue kaufe absolut nicht da ist es rein auch so dass ich wieder set und hält einfach gucke und das ist mir einfach wichtig ohrringe habe ich an dem tag auch getragen und zwar meine silber ohrringe und da muss ich einfach auch sagen modisch ist einfach nichts lang anhalten was irgendwann mal schmeißt du diesen bodeschmuck weg weil er hässlich aussieht ist nun mal fakt weil das läuft an wird grün meistens habe ich das problem immer dann auch noch gehabt man schweiß hat es so relativ schnell angegriffen was ich irgendwie ganz grün war irgendwann und dann konntest du die sachen auch nicht mehr anziehen also inzwischen gebe ich lieber ein bisschen mehr geld für wenig schmuck aus ist mir einfach unwahrscheinlich wichtig die kette habe ich schon unwahrscheinlich lange die habe ich mal von dem brief menschen 25 jahre hätte das ist der hammer dass sie immer noch in meinem besitz ist ich weiß ich habe immer neu aufziehen müssen weil der faden einfach kaputt war aber ich trage die viel zu selten und ich mag sie eigentlich richtig gerne mein outfit nummer zwei diese braune bluse finde ich für mich echt schwierig in mehrerer hinsicht die braune bluse habe ich vom flohmarkt für fünf euro er ist für den flohmarktpreis fast schon ein bisschen teuer würde ich sagen da achte ich dann immer schon drauf bis zu fünf euro ist immer mal eine grenze also mehr geld gebe ich auf dem flohmarkt nicht aus also wirklich so ein krasses markenstück wo du weißt wenn du es irgendwo im laden kauft kostet viel 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 mehr also aber bei der bluse war es jetzt irgendwie die war außergewöhnlich für mich also das ist wieder so ein punkt wo ich sag da probiere ich halt einfach auch so ein bisschen rum und ich bin bei der bluse bin ich mir einfach noch nicht so hundertprozentig sicher ich habe eine große oberweite und ist die bluse aber schmal oben fällt vielleicht und es wirkt dann immer so ein bisschen zeltig also ich versuche das immer noch so ein bisschen zu kombinieren lassen mir hat einfach auch gefällt gleichzeitig sind so stoffe einfach überhaupt nicht nachhaltig also ich werde zu sowas nicht mehr wirklich greifen manchmal ist es halt einfach so dass wenn du second hand bestellt und ich bestelle meistens bei juba dann siehst du den stoffen nicht das ist immer so ein bisschen schade wenn du überlegst du dir halt schon schickst es wieder zurück oder behältst du es jetzt weil das zurückschicken es hat auch jetzt wieder so ein bisschen du willst ja nachhaltig handeln und das finde ich dann in dem sind dann auch nicht nachhaltig wenn dir die sache zwar passt aber der stoff nicht so richtig ist der stoff ist deswegen nicht nachhaltig weil beim waschen einfach mikroplastik weg geht und du bist einfach auf der sicheren seite wenn du was aufbau aus baumwolle oder einem natürlichen stoff verwendet gleichzeitig kann ich diese bluse nur einmal anziehen dann richtig verschwitzt und dann muss man einfach auch was anderes tragen ja so das sind so sachen die trägt man hat nur einmal dann müssen sie wieder gewaschen werden das bedeutet auch für das kleidungsstück dass es eben nicht so lange hält weil waschen für ein kleidungsstück hat immer sehr stressig ist und dann gleichen die sachen ausleihen aus etc aber für fünf euro kann man einfach nichts sagen und bin mal gespannt ob dieses kleidungsstück einfach überleben wird in meinem kleiderstrang das weiß ich einfach nicht auswendig hier habe ich auch wieder silberohrringe getragen da zählt einfach das gleiche auch ich gebe inzwischen einfach gerne mehr geld für schmuck aus der dann echt ist den ich dann länger trage und da achte ich dann eben auch drauf dass der schmuck zeitlos ist und dass ich den einfach ein bisschen besser tragen kann hier habe ich eine schwarze leggins kombiniert das ist so eine der letzten leggins die ich bei new yorker gekauft habe und ich auch schon flicken musste die qualität ist halt einfach müsst und da achte ich auch darauf dass ich zukünftig material oder wann der marke kaufen wo das material das ist also ich gucke mir mal die top top leggins an ich denke dass es die auch werden wird beim nächsten mal wenn die anderen zwei die ich jetzt habe kaputt gehen meine roten jugs die sind auch schon relativ alt ist auch schon 15 jahre alt oder so die wollen halt einfach nicht kaputt gehen oder ich bin hat mehr jemand der die schwarzen trägt ich habe schwarze gelbe und rote und die roten bei denen das schon so dass die kappe forme total vergilbt ist aber es egal die halten immer noch und die sohle ist immer noch einigermaßen okay und dann kombiniere ich so recht schlicht das outfit gerne dann auch mal mit etwas lockeren schuhe schuhe weil ich dann doch nicht so fein daher kommen da bin ich einfach gar nicht der typ dazu und die kette ist eine tiger augenkette hier habe ich mal auf dem kulturufer gekauft und das die kette an sich selbst also nicht der anhänger die habe ich von meiner mutter bekommen bei dem outfit nummer drei ist es halt eben auch so dieses oberteil was ich damals noch bei china trikot gekauft habe ist auch schon ewig lange in meinem besitz das ist hinten ein bisschen länger ist es halt auch so dass das gleiche material mit mikroplastik da muss man sich einfach ein bisschen gedanken machen und das kannst du auch nur einmal anziehen dann stinkt es ist halt nun mal so und solche kleidungsstücke finde ich halt immer schade dass die das hat jetzt schon relativ lange überlebt bei mir aber das hat hat eben auch den grund dass dieses oberteil recht speziell ist und ich deshalb nicht immer tragen kann besonders wenn es jetzt wieder kälter ist dann ist das kleidungsstück einfach so gar nichts weil es relativ dünn ist dann habe ich zudem outfit habe ich auch wieder eine leggings getragene schwarze das wird dieselbe gewesen sein wie vom vortag das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig aber ich habe eine von h&m und eine von new yorker und die leben halt immer noch dazu habe ich braune hohe schuhe getragen und die habe ich auch mir mal in einem outlet gekauft also sie habe ich mir nicht auf normalem weg gekauft und da bin ich ganz froh dass ich zu denen gegriffen habe er sagt ihm so die sehen so ein bisschen altbacken aus und so aber inzwischen gefallen mir die recht gut habe ich auch schon super lange die meisten kleidungsstücke die ich habe sind eh schon etwas länger bei mir und jetzt momentan ist auch so eine phase dass ich halt auch schuhe wegschmeißen muss es tut mir so weh wenn die schuhe wegschmeißen muss das ist echt schlimm dazu habe ich jetzt kein schmuck getragen was ja auch mal ganz angenehm ist ich bin jetzt nicht jemand der regelmäßig schmuck trägt aber ich leg halt inzwischen schon mehr wert darauf dass wenn ich was trage dass eben kein mode schmuck mehr erst weil mir das einfach auch zu blöd ist du bist total verfärbt und ich sortiere gerade ganz langsam heimlich stimm und leise einen kompletten schmuck aus und minimiert und das jahren outfit nummer vier hat jetzt wieder eine hose die ein bisschen mutiger ist und da habe ich auch so ein bisschen gebraucht bis ich mich daran gewöhnt habe weil da kann ich meinen bauch nicht verstecken das ist eine die geht etwas höher und ich wusste mal wie dieser schnitt geheißen hat von den hosen nicht highways sondern der allgemeine schnitt von der hose ihr könnt mir das gerne mal unten in die kommentare schreiben mir fällt gerade nicht mehr ein das ist so ein blau grüner stoff und ich dachte als ich die hose gekauft habe die habe ich auch bei yoga bestellt über werde ich euch mal unten im ersten kommentar verlinken da dachte ich das wäre mir so eine hose die ich im sommer anziehen kann aber der stoff ist hat man doch schon so ein bisschen dicker ist für sommer zu warm habe ich wirklich die erfahrung gemacht ist mehr so in richtung herbst auch eine richtig klasse geschichte hier habe ich einfach gemerkt ich kombiniere unwahrscheinlich gerne dieses rot weiß gestreifte t shirt was ich auch gebraucht gekauft habe das passt einfach total gut dazu und schuhe technisch habe ich an der stelle meine pumas getragen die sind aus leder da hatte ich einfach auch das bedürfnis weil ich einfach keine schule mehr habe die fest sind die man irgendwie auch mal beim spazieren gehen anziehen kann wo einem die füße nicht so schnell wehtun ich wollte explizit der schule nie etwas länger halten meine letzten pumas die ich hatte die habe ich auch weit weit über zehn jahre gehabt also die waren dann so dass die sohle komplett hell war am schluss da war so ein roter streifen in der mitte drin von der sohle macht das rot schon gesehen das war komplett abgelaufen hammer hätte ich nicht gedacht dass ich die schule so lange tragen das habe ich ja mit denen schon auch vor wirklich sie so wert zu schätzen und ich weiß von der farbe her das wird etwas sein was ich noch länger fragen werde das thema jeans ist für mich unwahrscheinlich schwierig weil ich durch meine krankheit einfach auch ja der bereich vom oberschenkel ist ein bisschen breiter ausgelegt und wenn mit jeans kein stretch hat dann passt sie mir nicht also ich habe größe 42 aber im jeans 42 wenn da kein stretch drin ist dann gibt es nicht ich sag immer so nett von zehn hosen passen mir elf nicht und so ist es auch und wenn ich speziell jeans hosen brauche dann bestelle ich mir meistens so 34 bei juba probier und behalte maximal zwei bei der letzten bestellung wo ich jeans bestellt habe habe ich zwei behalten die anderen zwei gegen so gar nicht also habe ich glaube bis zu den knien hoch bekommen oder so und das sieht man halt auch nicht im voraus da finde ich es immer schön wenn man irgendwie einen secondhand laden in der nähe hat wo man eben auch mal jeans kaufen kann ich habe in meinem rotkreuz laden hier in der stadt auch schon gesehen dass die jeans haben aber da passt es meistens irgendwie nicht so guck aber beim nächsten mal wenn ich in dem laden bin mal wieder die hosen an die hose ist von rtb hätte ich mir so nie gekauft muss ich an der stelle sagen mir geht es oftmals so wenn ich secondhand kaufe dass ich oftmals an den marken einfach sehe da hätte ich niemals geguckt im laden sind wir mal ganz ehrlich an der rtb hätte ich jetzt so auch nicht wirklich gekauft sehen wirkt so ein bisschen wie so eine 80er jahre hose aber ich hatte die probiert gehabt und ich bin gleich reingekommen ich habe da einfach gefeiert als ich die hose in dem jahr bestellt habe und ich wollte einfach auch ein material was man so ein bisschen fester ist weil bei diesen anderen ihr wisst wie es ist bei diesen anderen hosen die hast du unwahrscheinlich schnell kaputt bekommen und ich hatte so die war echt meine lieblingshose aber die ging so schnell kaputt das war echt schade das graue t shirt ist von h&m und wie schon erwähnt die jeans ist von rtb und zu den beiden sachen habe ich wieder meine pumas angehabt das ist so das ziehe ich meistens an jeans und t shirt dafür fühle ich mich am allermeisten wohl ich muss an der stelle sagen dass ich schon inzwischen relativ stolz auf mich bin meine socken sind jetzt auch fair trade bei unterwäsche gucke ich inzwischen bei den unterhosen auch dass ich bio unterhosen kaufe nur bhs ist für mich relativ schwierig ich habe eine große oberweite und ich kenne keine marke die bhs machen für große oberweiten ehrlich finde ich echt hübsch aber das meine größte nicht dabei ich habe als ich das letzte mal ein bh gekauft habe doppel t gibt es nicht mehr das hat jetzt gesagt habe ich jetzt e oder f weil sie nicht mehr relativ groß und ich muss hat dann wirklich schon einen speziellen laden gehen und da finde ich leider nichts im internet was relativ schade ist aber wenn man so ein kleidungsstück eben sich neue kauft und weiß man trägt das ganz lange und es ist nicht irgendeine modische daher gelaufene sache die man irgendwie in einem jahr nicht mehr anzieht dann ist es für mich eigentlich auch okay also macht euch ein bisschen gedanken darüber wenn ihr kleidung einkauft woher kommt die man kann eben schon auch noch diese fast fashion kaufen aber denkt bitte an diesen nachhaltigkeitsgedanken trägst du das kleidungsstück das ist ein ganz großes thema weil es gibt eine statistik die besagt dass jedes kleidungsstück in was gekauft wird nur dreimal getragen wird und da sind ja meine kleidungsstücke auch dabei die ich regelmäßig trage und das ist eben immer noch recht entsetzen wenn man bedenkt dass der zweitgrößte müllwerk auf der erde eben textilien sind deswegen sollte man die eben so nachhaltig wie möglich kaufen und da ist second hand einfach eine recht günstige alternative kaufst du second hand kannst du mir gerne unten in den kommentaren mal berichten ich mag mich an der stelle ab bedanken mich bei dir fürs einschalten gib mir daumen nach oben falls ihr mein video gefallen hat ihr wisst mein abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut tschüss